Mein Lieben, es wird noch eine Beta von Diablo 4 geben. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, im Mai der 12. bis zum 14. am Wochenende werden wir noch 48 Stunden lang Monster schnetzeln können und das freut mich sehr. Moin Moin und heute reden wir über den Livestream, den Entwickler-Livestream, der gestern Abend stattgefunden hat, wo die Entwickler über das Endgame geredet haben. Zuallererst haben wir ungefähr 15 Minuten lang über World-Tiers und verbundene Dungeons und mehr Items und mehr Schaden und so weiter geredet. Das Interessanteste daran ist wohl, dass die Gegner tatsächlich schwerer gemacht werden, nicht nur im Sinne von mehr Leben und mehr Schaden, sondern auch im Sinne dessen, dass die aggressiver werden sollen und die Welt sich gefährlicher anfühlen soll dadurch. Daraufhin haben wir angefangen über Target-Farming, also das gezielte Farmen von Items zu reden. Und das Erste, worüber wir dort geredet haben, waren die Helltide-Events. Da suche ich euch gerade hier einen Clip raus, das sind so Events, die immer schwerer werden, je tiefer man reingeht und man sammelt hier diese Orbs auf. Die haben sie Cinders genannt. Cinders sind eine Währung und mit dieser Währung können wir dann Kisten, die spezifisch in diesen Gebieten drin sind, öffnen und dann entsprechend irgendwie bestimmte Items rausbekommen. Jede Kiste ist dabei zugehörig zu einem Items-Slot. Also ich denke, das wird wie in Diablo 3 Cadalas Blutsplitter zum Beispiel sein, dass wir eben bestimmte Items-Slots farmen können und dann in diesen Kisten halt wahrscheinlich auch safe legen, und ihre Items drin sein werden. Ist sehr interessant. Es gibt eine Sache, die hat mich ein bisschen irritiert, und das war die Aussage, Helltides sollten jeweils eine Stunde geöffnet sein. Ich hoffe, das ist nicht eventlastig, also auf einer Eventbasis wie in, sagen wir, Lost Ark gemacht, dass wir von 14 bis 15 Uhr Helltide spielen können und dann erst wieder von 18 bis 19 Uhr. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir über Nightmare-Dungeons, also Albtraum-Dungeons, geredet. Hier seht ihr im Hintergrund schon mal drei verschiedene Siegel. Diese Siegel beeinflussen zum einen das Level des Albtraum-Dungeons und zum anderen die Affixe. Es gibt einige, die sind gut für uns, wie zum Beispiel weniger Cooldown haben, wenn wir was töten, und dann ganz viele, die negativ sind und das natürlich irgendwie schwerer machen. Dabei sind diese Nightmare-Dungeons allgemein dafür da, dass wir bestehende Dungeons zu diesen mit den Siegeln machen. Welche das sind, rotiert dann wohl saisonal, haben sie gesagt. Und in diesen Dungeons werden dann in so Extraportalen noch mal gefährliche Monsters spawnen. Die Affixe, hier sehen wir das Portal, die Affixe machen das natürlich auch noch mal deutlich schwieriger. Und am Ende des Ganzen haben wir dann das Glyphensystem. Und Paragon-Glyphen können am Ende von Albtraum-Dungeons aufgewertet werden, ja. Diese Glyphen können wir dann in unser nächstes Thema in das Paragon-Board reinsockeln. Im Paragon-Board, darüber haben wir dann dann sehr ausgiebig geredet, sieht das folgendermaßen aus, ja. Sie haben im Livestream, ich mach die Kamera mal aus, sie haben im Livestream noch mal betont, dass nicht nur diese normalen Notes, ja. Wir haben im Trailer darüber gelacht, plus fünf, plus fünf, plus fünf. Nicht nur die normalen Notes sind da, sondern vier verschiedene Arten. Magische Notes, wie wir hier sehen, die funktionieren letztlich wie ein Affix auf einem Item, ja. Ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Verteidigung, was auch immer. Dann haben wir rare Notes. Die sind noch mal deutlich stärker, ja. Die haben verschiedene Boni. Und, das finde ich persönlich sehr, sehr cool, die haben einen Extra-Bonus, der erst freigeschaltet wird, wenn wir einen bestimmten Wert an Mainstead erreicht haben. Heißt, da wird es dann relevant, welche Stuts nehmen wir überhaupt und welche Stuts spielen wir, damit wir auch tatsächlich die Boni am Ende erreichen können. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr interessante Idee. Offensichtlich muss man die Boni aber auch nicht erreichen, dann spielt man halt ohne. Zu guter Letzt gibt es dann aber noch den einen Hammer und das sind die legendären Notes. Pro Paragon Board, man reiht ja wohl verschiedene Paragon Boards aneinander, gibt es dort eine, wenn ich das richtig verstanden habe. Und diese legendäre Note fühlt sich letztlich so an, wie ein legendäres Item, das eine Fähigkeit entweder grundlegend verändert oder grundlegend noch mal verbessert. Heißt definitiv etwas, worauf man achten sollte. Verschiedene Paragon Boards haben dann natürlich verschiedene Schwerpunkte. Für eins für den Necromancer mehr, für Korpse Explosion eins mehr, für irgendwie Pets eins mehr, für die Knochenfertigkeiten, wie das nun mal so läuft. Damit endet es aber nicht. Und das ist dann der sehr interessante Punkt. Wir haben gerade über Glyphen geredet, die wir upgraden in diesen Albtraum-Dungeons. Und jetzt haben diese Paragon Boards Sockel. In diese Sockel können wir unsere Glyphen reinsockeln. Und wir sehen hier diesen Radius, den die Glyphe erzeugt. Alles in diesem Radius der Glyphe wird dann noch mal verbessert an Punkten. Heißt, wir haben dann die Möglichkeit, nicht nur mit der Glyphe, wie wir hier sehen, irgendwie mehr Schaden und mehr Resistenz aufzubauen, sondern die Möglichkeit, alles, was in der Nähe ist, noch mal zu verbessern. Das ist natürlich unheimlich, unheimlich tiefgehend. Und hoffentlich wird das viele coole Builds erzeugen. Zu guter Letzt haben wir zum einen gesehen, wie schnell das auch aus den Fugen geraten kann. Das hier sind dann verschiedene Paragon Boards, die wir aneinanderreihen. Hier ist diese eine Glyphe, der legendäre Node. Und wir passen dann natürlich auch zu anderen Boards schon rein. Und hier habe ich eine Information bekommen, die ich davor tatsächlich einfach nicht hatte. Entweder die war bekannt oder nicht. Ich habe da auch eine Frage. Wenn ihr mir die beantworten könntet in den Kommentaren, wäre ich sehr, sehr glücklich darüber. Nämlich wurde gesagt, es gibt ein Maximum an 220 Paragon-Punkten, was natürlich unheimlich viele sind. Und jetzt die Frage, ist das ein Punkt pro Paragon Node? Weil das würde ja heißen, dass wir durch einige Boards durchgehen und tatsächlich sehr, sehr viele Anpassungsmöglichkeiten haben. Ich bin sehr gespannt, was das werden wird, wie das gebalanced wird, wie Guides dazu aussehen werden. Weil wenn das tatsächlich 220 Punkte werden sollten, dann würde sich das ja schon fast anfühlen, wie Path of X sein. Persönlich bin ich ein großer Fan. So können wir gerne so machen. Aber ich weiß, einige würden definitiv abgeschreckt sein. Meine Lieben, dann haben wir geredet über den Lerneffekt der Beta und hatten so wunderschöne Folien hier, PowerPoint-Folien. Man fühlt sich wie in der 6. Klasse zu einem Referat. Diese ganzen Verbesserungen aus der Beta haben wir auch schon im Rückblick auf die offene Beta in diesem wunderschönen Artikel hier. Ich werde euch den Artikel und den Artikel der Ankündigung für die neue Beta noch mal natürlich in die Beschreibung posten. Die Klassenbalance ist letztlich genau das, was wir erwartet haben. Barbar hat einen Buff bekommen, Druide hat einen Buff bekommen, Beschwörerinnen und Zauberinnen wurden ein bisschen angepasst und so weiter und so fort. Außerdem haben Fähigkeiten jetzt eine maximale Reichweite, dass man die nicht mehr über die komplette Karte casten kann, wenn man irgendwie einen sehr breiten Monitor hat. Ich denke, auch das ist sinnvoll. Und dann haben wir geredet über Dungeon-Anpassungen. Auch das steht hier bereits in dem Artikel. Die Dungeons wurden ein wenig überarbeitet, weil viele von uns sich darüber ausgelassen haben, wie gleich sich das Layout immer anfühlt. Und wie viel man durch bereits erforschte Gebiete laufen muss. Jetzt haben sie das verändert. Ich habe mir hier so einen wunderschönen Screenshot gemacht. Und das sieht folgendermaßen aus. Der Smiley lächelt, heißt laut den Diablo 4 Entwicklern sollen wir glücklich sein. Ich sehe mit diesem Dungeon-Layout nach wie vor riesige Probleme. Und ich weiß nicht genau, wieso die das nicht so sehen. Folgendes. Hier haben wir einen Kreis. Wir sehen die Map nicht am Anfang, wenn wir da komplett reingehen. Heißt, wir gehen hier rein und schon können wir irgendwo langlaufen, wo wir nicht langlaufen brauchen. Aber gut, es ist ein Kreis. Also werden wir minimal backtracken. Wir laufen weiter, wir laufen weiter. Wir treffen die Wand zum Boss. Wir laufen weiter, wir laufen weiter. Wir müssen uns entscheiden, links oder rechts. Sagen wir, wir gehen links. Ich würde potenziell weiter geradeaus gehen. Okay, Sackgasse, wieder zurück. Wir laufen, wir laufen. Irgendein Objective. Laufen, laufen, laufen. Links oder geradeaus? Okay, geradeaus. Aber dann bin ich nicht links gelangt. Dann bin ich nicht links gelaufen. Dann denke ich schon so, oh, verdammt, ist da vielleicht was. Genau das Gleiche hier. Diese ganzen Abzweigungen sind nach wie vor Sackgassen. Und das wird nach wie vor irgendwie zu Backtracking führen. Offensichtlich sind zumindest die Objectives die Punkte, an die wir ran müssen auf dem Weg. Und das ist gut. Gut, persönlich denke ich, braucht man sich da gar nicht so eine Mühe machen und entweder einfach offene Felder oder Schlauchlevel machen. Aber ich bin auch mehr interessiert an Monsterschnetzeln, als an atmosphärisch durch eine Höhle laufen. Gut, das war es zu den Dungeons. Es gibt noch eine Sache, zwei Sachen sogar. Zum einen diese Monster Kill Quest, bereinige alle Monster, sind leider immer noch im Spiel. Aber wenn es jetzt wenige sind, dann rennen die auf euch zu. Das ist ganz cool. Mein persönlicher Lösungsansatz wäre einfach Töte 90% der Monster. Klingt so, als würde man dann eine Ecke übersehen können. Aber besser als nichts nehmen wir. Außerdem gab es in der Beta diesen coolen Reset Dungeon Button, mit dem man Monster neu beschwören konnte. Der wurde entfernt. Offensichtlich ist das nicht unbedingt das, was sich die Diablo-Entwickler erhoffen an Gameplay. Jetzt resetten die einfach über Zeit. Zwischen 30 Sekunden und ich glaube 150, meinten die. Ich finde das ein bisschen unglücklich gelöst. Niemand möchte aus einem Dungeon raus ein Däumchen drehen und sich einen Kaffee machen bis zum nächsten. Aber wir nehmen das mit. Meine Lieben, über die Überraschung reden wir jetzt. Die Überraschung ist der Server Slam. Ich habe das zweite Beta genannt. Ist es letztlich. Es ist aber vorrangig ein Server Slam. Also ein Stresstest. Bitte stellt euch ein auf mehr Abstürze, auf höhere Warteschlangen und auf all diese Probleme. Fairerweise, in den ersten beiden Betas waren die Warteschlangen minimal, die Abstürze minimal. Also es lief schon sehr, sehr gut. Ihr könnt auf jeder einzelnen Plattform teilnehmen. Das geht vom 12. Mai um 21 Uhr bis zum 14. Mai um 21 Uhr. Also tatsächlich genau das eine Wochenende 48 Stunden. Falls ihr die Beta verpasst habt, habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, alle Belohnungen zu holen, die ihr in der Beta nicht geholt habt. Das Wolfsbündel, diese Titel und so weiter und so fort. Wenn ihr das schon gemacht habt, möchtet ihr hier potenziell trotzdem rein, wegen dieser Trophäe. Diese Reitertrophäe, diese Rüstung für ein Pferd, bekommt ihr, wenn ihr im Server Slam teilnehmt. mit Level 20 werdet und mit Level 20 den World Boss tötet. Keine Sorge, der ist nicht ganz so restriktiv wie in der ersten Beta. Der spawnt alle drei Stunden ab dem 13. Mai. Ihr fragt euch jetzt sicherlich außerdem berechtigterweise, bis wohin kann ich denn spielen? Was gibt es Neues? Was kann ich jetzt erforschen? Was wird uns geboten als Spieler? Und die Antwort ist sehr simpel, nichts. Ähm, wir können wieder alle fünf Klassen spielen. Wir können wieder nur Akt 1 und den Prolog spielen. Wir haben wieder kein Reittier. Und wir können diesmal nicht mal bis Level 25 spielen, sondern nur bis 20. Es gibt einen Vorteil für die absoluten Minmaxer unter euch, nämlich, dass die Veränderung von Dungeons und die Veränderung an Klassen bereits in diesem Server Slam enthalten sind. Heißt, wir können mit denen dann zumindest ein bisschen rumprobieren. Ich weiß, ich werde mir einen Barbaren machen, um zu gucken, ob der sich besser anfühlt. Ich weiß, ich werde mir wahrscheinlich einen Druiden machen, um zu gucken, wie schnell wir durch die Story von Akt 1 durch können. Ja, so ein bisschen Speedrun mäßig. Wir füllen das Wochenende sicherlich mit schönem Content. Kommt gerne vorbei. Zu guter Letzt Diablo 4 Gone Gold. Äh, vielleicht habt ihr es gelesen. Vielleicht wisst ihr, was es ist. Letztlich wurde angekündigt, Diablo 4 ist mit der Entwicklung fertig. Heißt, wir können uns darauf einstellen, dass tatsächlich keine Release-Verzögerungen geben wird. Und wir Anfang Juni spielen können. Das ist wunderschön. Ich denke, viele von uns waren so ein bisschen in der Schwebe. Blizzard hat öfter gesagt, hey, es fehlen Entwickler, es fehlt Manpower. Aber alles scheint gut gelaufen zu sein. Es war nicht ganz zu guter Letzt. Es gibt noch zwei brennende Fragen, die, denke ich, viele von euch interessiert haben. Mich auf jeden Fall. Zum einen Altare von Lilith. Wie ist das? Müssen wir die alle Seasons noch mal sammeln? Die Antwort ist jein. Altare von Lilith geben zwei Sachen. Einmal Renown und einmal, ähm, Skillpunkte und, äh, dauerhafte Boni. Die dauerhaften Boni bleiben bestehen. Wenn ihr die einmal in Softcore und einmal in Hardcore sammelt, dann braucht ihr die nie wieder sammeln. Die übernehmen sich auch pro Season. Äh, Renown wiederum geht verloren pro Statue. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, diese Statuen jedes Season wieder sammeln. Für ein bisschen XP, ein bisschen Gold und eben Renown. Ähm. Es gibt allerdings mehr Aktivitäten, als ihr braucht, um, um diese Bar zu füllen. Heißt, wenn ihr keine Lust habt zu sammeln, dann macht ihr einfach nur verschiedene Dungeons und das reicht wohl auch. Nummer zwei, und da dreht sich mir der Schädel, ist, wieso gibt es keine Overlay-Map? Also so eine coole Map auf Tab in der Regel, die aufgeht, durchsichtig und, und dann laufen wir mit der und, und sehen ganz viel und so weiter. Und die Aussage ist, ich zitiere nicht, aber, aber das war die Kernaussage. Overlay-Maps sind zu praktisch, ja. Äh, die Diablo 4-Entwickler wissen, wie toll wir die finden als ARPG-Spieler und, äh, wissen, dass wir die in der Regel immer offen haben möchten und das stört die. Äh, sie sind dafür, dass das Interface clean ist und entsprechend wollen sie nicht, dass wir diese Map da drin haben. Ihre Lösung, äh, damit uns, äh, das Praktische der Map nicht fehlt, ist, äh, viel mehr Marker in die Minimap reinzuhauen, also die oben in der Ecke. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist, aber das ist die Lösung, die wir in Diablo 4 bekommen. Äh, sie wollen außerdem, meinten sie, es geht darum, Monster zu töten und zu navigieren und in der Regel mit so einer Overlay-Map machen wir das irgendwie gemeinsam, aber sie wollen das trennen. Das klingt einfach nur nach einem unnötig entschleunigten Spiel. Ich will nicht anhalten und keine Monster töten, um auf die Map zu gucken. Ich will eine durchsichtige Map und auf die gucken, während ich von Monster zu Monster renne. Aber, hey, das ist wohl besser, weil niemand es mag, meine Lieben. Damit lasse ich euch in die nächste Woche. Wir sehen uns spätestens im Diablo 4 Server Slam, ansonsten gerne davor auch im Stream. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.